So, wenn ich nicht aufzeichne, dann funktioniert das. Das hat sich rentiert. So, jetzt garantiert, dass ich einfalle. Nicht einmal. Nicht einmal. Das braucht mich nicht. So braucht man es 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 nicht. Sorry, mein Zigaretten verraucht. Ich bin wohl der Suchtl, was Zigaretten betrifft. Da ist Sauggasse, ohne Kass jetzt, oder was? Okay, bin jetzt hier gekommen. Da waren I.T.E.M.S. Da ist ein I.T.E.M.S. Das sind die? Was sind die? Was ist das? 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 und oder vor der mädchen kurz das war es zu mit gekreuzten beinen düsen ich komme da echt um Schausaus Was ist denn das da und all der Fahrer, schau dir mal die Sache von der Schützenwahl Puh, ich war nicht wie ich da wieder rausgekommen Ich kann ja nicht wieder zurück Ich kann ja nicht wieder zurück Ich kann ja nicht wieder zurück Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Mhm Ich kann ja nicht wieder zurück Ich kann ja nicht wieder zurück Ich kann ja nicht wieder zurück WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin ja da eingefallen. Deswegen bin ich da. Soll ich jetzt wieder da gehen? Die Seelen haben mir ausnahmsweise mal wurscht. Hä? Da bin ich gekommen. Da komme ich sowieso nicht offen. Okay. 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 ich spüre es ist einfach da wahnsinnig bis dass sie wieder ist dass sie wieder flucht gerne weiter kämpft es 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 j quals s es 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 Wieder kommt Backstep. 9,2. Okay, die lasse ich jetzt einmal zur Arbeit. Ich glaube, ich bin überpowered. Ich glaube, ich bin übermorgen. Ich glaube, ich bin übermorgen. Was ist denn das? Schleier des Imitators. Schleier des Imitators. Wo ist denn der? Ich finde das schon wieder nicht. Da ist ein Gebrauchsgut. Das verbraucht FP imitiert Objekte in der Nähe. Aha. Was ist bei einem Backstep? Was ist denn hier? Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Voilà. Hund? Joke, wen mag ich nicht mehr? Andenken der Puppe. Ah, was ist denn das? Schlüsselobjekte? Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ah, ich weiß schon, wo ich immer zu gehen bei einem Bonfire aussah, gell? Ja. Soll ich nämlich hinsetzen? Und wie haben wir denn? 27 Minuten. 13,4 8er 6er, dann nehmen wir jetzt einmal die fürgebende 2000. 6er 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 7er 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 8er 9er 8er 11. 12. 12. 12. 13. Für wo ist Häusen? Für wo ist Häusen? Das war's. Schlüsselobjekt. Eisernes Schleifmesser. Holzschild mit Falkenwagen. Geil. Misericordia. Alter, voll. Ist das ein Witz? Dolch. Cool. Schnellschritt. Aha. Nice. Nice, nice. Das können wir vielleicht noch mal brauchen. Da ist nichts. Da ist echt nichts. Ist das jetzt so ein Viech weg? Wo ist das? Das ist weg. Das war einmalig. Das war's. 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 ist es leider damit erleben weil es sind so viele eindrücke ich habe mir jetzt die ganzen wege merken die käme nicht mehr aus dobi käme so das ist ja schon ein karton tun das da ist der aufzug dort ist wie ich da war ich auch gerade ist das ist dieser dead end oder was ist das das ist das ist nicht geht so Da hin. Ich glaub da kann ich mich äufern lassen. Weil da komm ich wieder und das und das... Was? Tipp, tipp ich mal ja. Alter, von da hin. Was ist denn da gebrochen? Da komm ich in 100 Jahren nicht vorbei. Wie sollen das machen? Das ist noch ein Ding. Achtsam! Amen. Amen. Schade es, oh. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, ich weiss schon, da geht es zurück. Anwehr. Ich kann da unten. Hier unser Item. Da ist ein Treppen. Das ist ja nicht mehr sonst da. Da haben wir so eine riesenhafte Gangt. Das ist ein Gegner. Das ist ja nicht mehr sonst da. Da war ich schon, das weiß ich. Da war ich vorher nicht. Das ist schon rentiert. Die haben gerade die Schlüssel. Jetzt habe ich aber oben noch das Problem. Jetzt habe ich aber oben noch das Problem. Wie ich da unten weiterkomme. Ich muss das anders probieren. Von vorne habe ich da überhaupt keine Chance. Das ist ja nicht mehr so. 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 Von da möchte ich das noch mal probieren. Da bin ich vorher gestorben. Da bin ich jetzt noch mal. Das ist ja nicht mehr so. 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 Das ist ja schon Cheat, die ich da betreibe. Was? Fuck! Schauen wir mal die Säue, ich muss das Ocht haben. Oh! Was machst du hier in Stormvale Castle? Dieses Ort ist bristling mit Tarnished Hunters, du kennst. Sie verraten unsere Kindheit. Für Grafton. Nicht genau ein Ort, wo ich in kein Wurzeln hätte. Oh. Ich verstehe. Hier, um zu retten Godric und zu legen deine Hand auf eine große Rune, sind Sie? Du kannst es sehen, dann. Ich nehme es. Die Gelegenheit der Grace. Na, du kannst es, wenn du es kannst. Ich bin Tarnished, wie du. Aber, nicht wie du, ich habe keine Hüte oder Hähne gesehen, von dieser Gelegenheit für lange Zeit. Ansonsten. Ich werde nicht vergessen, wie es fühlt, wenn ich hier erst kam, in den Landen zwischen. Ich bin priviert mit ein paar magischen Artes. Würdest du einen lernen, wie du einen Tarnished? Als ein Tarnished-Tarnished, einmal gelegt von Grace, würde ich dir helfen, wenn du es bitte. Kriegsasche, Stimmer, Stimmer, Schimmersteinkädel. Und wenn du es nicht möchtest, dann ist dir das, was ich. Ich bin mir ein Tarnished-Tarnished. Ich bin mir eine Tarnished-Tarnished. Ich bin mir ein Tarnished-Tarnished, Kinderspring-Tarnished. Und wenn du es nicht möchtest, dann bin ich ein Tarnished mit. Und der Kaffee nur eben so. 15 Jahrhundert brauche ich. Vielleicht kann ich mir die eh. Was ist denn da? Hä? 200. Die auch noch einmal an. Ich glaube für die Platte müssen wir sowieso alles kaufen. Aber, aber Platte mache ich jetzt, da will ich noch nicht, weil ich muss das sowieso öfter durchspülen. So. Da komme ich mir auch irgendwie. Irgendwie. Oder beziehungsweise, da sehe ich irgendwo hin. Wo war denn das? Und da ist der Anfang. Da sind die blöden Geier. Da hinten ist auch noch ein Item. Da geht es. Da geht es. Da genau, das habe ich auch noch nicht getan, da gehen wir jetzt auch gleich mal rein. Hm, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, aber nein, das soll ich nicht wissen. Wie viel haben wir denn? 46 Minuten. Ich glaube, da machen wir den Harakiri. Das hilft doch nicht. Da sind Rotzen. Ja. 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 wie ein klick so richtig gut jetzt mache ich nämlich einen cut männer also hauzei macht es gut mal